Ungarn am Stufenbarn 9,625. Elvira Becks hat uns gestern doch sehr überrascht mit drei hervorragenden Leistungen. Im Mehrkampf, im Vierkampf, nur am beiden musste sie absteigen, sonst wäre sie ziemlich weit vorne gelandet im Mehrkampf. Stufenbarn sind sie ebenfalls sehr schwungvoll. Sie hat ein wahnsinnig hohes Flugelement gehabt, die Konterbücke, diese Katschefgrätsche. Das ist überhaupt sehr dynamisch, turnen Sie, schwunghaft. Also das war nicht sehr viel schlechter als das, was wir von Milozovic und Jan Miloje sind.